Verloren geht, immer die Situation, wie der Schütze vor dem Elfmeter. Jeder freut sich, wenn es daneben geht, nur der Schütze nicht. Und wenn es getroffen ist, dann freuen sich alle, weil dann das Bier fließt. So, und wenn unser OB jetzt zum Anstieg sich fertig macht, vielleicht hilft ihm jemand dabei, Herr Kunde, der schlaft heute ein bisschen. Dann musst du eben der Ordnungsreferent ran. Also wir haben gesagt, nachdem der gar nicht zum Reden kommt und er sogar ein Red, unser Ordnungsreferent wird er die Moderation des Anstiegs jetzt übernehmen. Also viel Spaß dabei. Ja, liebe Beske ist weit, wo es weiter Tiefen nicht will. Schulz Schaubmann ist auch, wie es nicht so gibt. Eins, Tor. Und sagt dies. Ein Prosit, ein Prosit, der gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit, der gemütlichkeit. Und eins, zwei, drei, super. Prosit, ein Prosit, ein Prosit.